Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ein Mord, drei Hobby-Detektive und ein Gebäude voller Geheimnisse. In Only Murderers in the Building wird True-Crime-Realität und die Jagd auf den Täter beginnt direkt vor der eigenen Haustür. Seid ihr bereit, mit uns auf Spulensuche zu gehen? Dann herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch in unserem Cast über die vielleicht spannendste Serie des Jahres. Heute mit den Hobby-Ermittlern Britt-Marie. Hallo. Hallihallo. Und mit mir, Manuel. Schön, dass wir mal wieder was zusammen machen, würde ich sagen. Ist eine Weile her. Meine erste Frage an dich wäre, wann hast du das letzte Mal Detektiv gespielt oder gar einen Mordfall gelöst? Lange her. Wobei ich tatsächlich, ich bin ja ein regelmäßiger Drei-Frage-Zeichen-Hörer und ich höre auch ab und zu mal gerne, ich bin auch ein großer Hörspiel-Hörer, ich höre auch gerne ab und zu mal ganz oldschool Sherlock Holmes. Ich finde, die sind gut zum Einschlafen, die Fälle. Und aktuell ist in der ARD-Audiothek auch gerade tatsächlich Sherlock Holmes als Audiobuch, also nicht als Hörspiel, sondern als Vorlesen des Buchs sozusagen auch drin, das höre ich auch gerade immer so, so eine Folge zum Einschlafen, das ist gerade perfekt. Also, ja, so übertragen, eine Detektiv. Passiv bist du dabei. Genau, aber selbst ist das, ach, Jahrzehnte ist das her. Und bei dir? Ja, ähnlich wie bei dir. Ich habe mir ziemlich genau die gleichen Sachen aufgeschrieben. Ähm, ergänzend wäre vielleicht noch, ich habe natürlich früher als Kind, vor etlichen Jahren, hat man natürlich Mickey-Maus-Hefte gesammelt, ne, Yps-Hefte. Da gab es immer geile Gimmicks, wie man dann jetzt irgendwie entweder in der Wildnis überlebt oder aber auch Detektiv sein kann und coole Fälle übernehmen kann. Aber ja, ne, lange her. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Genau so wie bei dir. Es ist tatsächlich gar nicht so lange her, weil ich bin letztes Jahr an meinem Adventskalender gescheitert. Ich habe, also, ich bin, ich hatte eins von diesen, ja, also diese Escape-Room-Spiele sozusagen, wo du ja auch Rätsel lösen musst und sowas. Ja. Und ich bin dafür zu doof, es tut mir leid. Das Rätsel des Maya-Tempels ist mir ein ewiges Rätsel geblieben. Also, nichts da. Ich glaube, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ja, siehste. Ja, und da ist, ja, wenn man da einmal hängt, dann ist manchmal auch schwierig, fand ich. Das war so frustrierend. Da muss man ohne Hinweise fast auf Dinge kommen. Ja, ich erinnere mich. Interessant. Ja, stimmt. So, Escape-Rooms sind natürlich auch eine Sache, die ich tatsächlich auch regelmäßig mache. Von daher sind wir vielleicht doch gar nicht so vom alten Eisen wie zwei unserer anderen Stars hier. Ja, wir reden jetzt, glaube ich, im Tele-Stammtisch das allererste Mal über Only Murders in the Building. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer durcheinander bringe. Willst du uns vielleicht einmal kurz einordnen, worum es eigentlich geht? Ich darf einmal ganz kurz korrigieren, du hast recht, als einzelne Serie so, also Review reden wir tatsächlich das erste Mal drüber. Ich habe einmal die Serie tatsächlich als mein Highlight, ich glaube 2022 bei unserer, oder was, 2021 bei einer unserer Galas mal in den Topf mit reingeschmissen. Aber ja, also es geht um Mabel, Charles und Oliver. Alle drei wohnen in der Akronia. Das ist ein großes Gebäude in New York, wo es eben unterschiedlich viele Apartments gibt. Und also teuer, teures Pflaster in New York. Ja, und die wohnen da eben und haben sich mehr oder minder gefunden, wie man sich manchmal so findet. Also man trifft ja Nachbarn auf dem Flur und was nicht alles. Und in dem Fall ist es aber so, dass in diesem Gebäudekomplex in der ersten Staffel ein Mord passiert ist. Und die drei mehr oder minder zusammengeschmissen diesen Mord gelöst haben und gleichzeitig über diesen Mord True Crime mäßig einen Podcast gemacht haben. Das heißt, wir haben hier also drei Podcaster mit verschiedenen Hintergründen auch. Also Mabel zum Beispiel ist so ein bisschen, ja, ist so die Jungerige und weiß nicht so richtig, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Das ist aber künstlerisch begabt. Dann haben wir Charles, den ehemaligen großen Hollywood-Star und Schauspieler, der seiner ehemaligen Karriere hinterher rennt. Und Oliver, der eben auch großer Produzent, Regisseur ist, sowohl Filme als auch auf der Bühne. Und wie gesagt, die drei haben sich halt gefunden und klären das Ganze auf. Und interessanterweise, wenn ich kurz einhaken darf, sie haben sich ja gefunden, weil sie auch noch einen True Crime Podcast gerne hören, ne? Richtig, genau. Also das Thema Podcast ist sehr präsent. Es ist super Meta auch. Die Meta-Momente sind sowieso mit eine meiner Lieblingsmomente in dieser ganzen Serie. Und in jeder Staffel hast du eben einen Fall, der gelöst werden muss. Und dieser Fall oder ein Mordfall ist bisher auch immer in diesem Gebäude gewesen. Deswegen heißt die Serie auch Only Murders in the Building, weil eben dieses Gebäude offensichtlich eines ist, in dem man nicht so gerne wohnen möchte, weil offensichtlich passiert ja immer mal wieder was. Und ja, und jetzt sind wir tatsächlich schon in Staffel 4 angelangt. Das ist die Staffel, die ja jetzt am 27. August auf Disney Plus startet. Und auch da haben wir natürlich wieder einen Kriminalfall, der gelöst werden muss. Und als ich die erste Staffel gesehen habe, hatte ich so ein bisschen Oldschool-Feeling, aber in moderner Inszenierung. Also ich finde, das Ganze hat schon so ein bisschen so ein Miss Marple-Hercule Poirot-Vibe. So dieses Murders in the Locked Room-Ding. Weil eben es in diesem Gebäude halt alles stattfindet. Aber gleichzeitig hast du natürlich, spielst es natürlich im Hier und Jetzt, in New York. Und du hast alle modernen Sachen, die es halt gibt, wie Telefon, Computer und was nicht alles. Also ich finde, die haben es ganz gut geschafft, so einen Balancegang zwischen diesem klassischen Genre und so dem aktuellen Neuen hinzukriegen. Ja, und gleichzeitig ist es auch immer so ein bisschen, ich finde, man hat so einen britischen Vibe schon auch irgendwie mit drin. So ein, irgendwie wie das, ja, das Setting immer aufgemacht ist und das Gebäude aussieht vielleicht. Und gleichzeitig hat man dann, ja, Steve Martin und Martin Short, die halt so die ältere Generation verkörpern. Die dann vielleicht so denken, sie, ja, haben das Leben durchschaut, wissen, wie der Hase läuft und wissen immer, ja, komm, wir machen jetzt hier. Ich weiß genau, wie das geht, komm, geh mal kurz an die Seite an irgendeine jüngere Person oder so. Und dabei haben sie eigentlich, sind sie schon ein bisschen schon von der Zeit einfach fast schon verloren, weil sie gar nicht mehr wissen, wie gewisse Dinge heutzutage passieren oder gewisse Verhandlungen ablaufen. Oder das, und denen entgegengestellt ist dann eben Selena Gomez, die dann, ja, so ein bisschen die jüngere Generation verkörpert, aber die drei sich einfach trotzdem gut verstehen, wenn es auch mal Zoff gibt, aber untereinander einfach eine schöne Chemie haben, finde ich. Also Steve Martin und Martin Short sind natürlich großartig. Ich habe die auch lange tatsächlich in nichts mehr gesehen und dann plötzlich waren die, wie gesagt, zurück, aber auch so mit einem Bang, mit einem Knall wirklich, mit dieser Serie. Und ich dachte, oh mein Gott, waren immer schon so gut. Vor allen Dingen, ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von Steve Martin, weil ich diesen Slapstick-Humor, für den er doch eher bekannt ist, so aller nackter Kanone und so, da konnte ich nicht so viel mit anfangen. Das ist halt nicht meins. Deswegen war Martin für mich immer so, okay. Und hier ist er zwar immer noch komödiantisch unterwegs, aber hat auch ernste Züge und ich dachte, oh, also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Das war schon mal eine Überraschung. Dann kam Martin Short und ich dachte, oh Gott, wann habe ich den denn das letzte Mal gesehen? Locker vor 25 Jahren oder so. Das ist auch schon ewig her, dass ich den in irgendwas gesehen hatte. Und die beiden, die spielen sich natürlich auch hoch. Das ist, da hast du halt zwei Comedians und die, die befeuern sich auch in ihrem Spiel. Und dann muss man ja auch echt überlegen, wen kann man da noch denen an die Seite stellen, der nicht gleich an die Wand gespielt wird, auch von den beiden. Weil die sind natürlich einfach richtig auch großartig. Und dann kam da Selena Gomez und ich dachte, oh Gott, also nichts gegen Selena Gomez. Die mag gut singen, aber Schauspielern. Und ganz ehrlich, die drei passen großartig zusammen. Die Chemie ist richtig, richtig gut. Das funktioniert auch, die Schreiber haben auch einen wirklich tollen Job gemacht. Das funktioniert auch mit den Charakteren und das funktioniert auch eben tatsächlich schon seit der ersten Staffel. Und deswegen dieses Trio. Weißt du, ob Selena Gomez vorher schon was gemacht hat? Ja, die hat schon, ja, die hat, also die ist eigentlich, ist die Disney-Kinderstar. Also, wie war das? Die Hexen vom Waverly Place, glaube ich, so hieß das, oder? Ich hab das nie in Deutschland, war das auch erfolgreich. Und also kommt aus dem Disney-Hause und hat dann verschiedene andere Sachen gemacht. Und das ist aber auch so ein bisschen für sie was, wo sie sich auch so ein bisschen abgrenzt zu ihrem alten Kinderstar-Image. Wobei aktuell ein Remake gemacht wird von die Hexen vom Waverly Place. Okay, ja, da bin ich gar nicht so drin. Ich hab sie hier tatsächlich das erste Mal gesehen und dachte auch, wow, das ist echt, also ein wirklich guter Fit. Und auch, sie macht das auch einfach ganz, ja, ganz toll. Und dann gerade, wie du sagtest, neben diesen beiden großen Präsenzen auch seinen Platz einzunehmen, ist sicherlich auch nicht ganz einfach. Aber das gelingt wunderbar. Und das liegt sicherlich zum einen an Selena Gomez, aber zum anderen auch, dass die Figuren auch gut geschrieben sind. Ja, es ist also natürlich, ich finde, gerade durch Martin Short und so kriegt es so ein bisschen einen bürtischen Vibe, das ist schon richtig. Aber es ist auch schon sehr, sehr New York. Also gerade diese ganzen anderen Nebenfiguren, die diese Akronie auch bevölkern. Ja. Die Grumpy-Nachbarn und was nicht alles oder auch so ein bisschen. Es ist sehr, sehr New York. Also wirklich, auch der Humor teilweise. Gerade in der ersten Staffel war das schon noch sehr, sehr stark. Es ist sehr stark bedient worden. Es ist jetzt immer ein bisschen weniger geworden. Aber jetzt in Staffel 4 kommt es natürlich auch wieder ein bisschen zurück. Und in jeder Staffel gab es dann natürlich auch immer ein oder zwei besondere Gaststars. In der letzten Staffel war das Meryl Streep in Staffel 3. Die hat es tatsächlich auch jetzt geschafft, mit in Staffel 4 reinzukommen als kleine Nebenrolle. Das war, so habe ich mich gefreut, dass die geblieben ist, weil sie ja auch einfach eine großartige Schauspielerin ist. Also die kann auch eine kleine Rolle haben und trägt irgendwie dann die ganze Episode trotzdem. Und das macht Spaß, ja. Und jetzt in der vierten Staffel, das können wir schon ein bisschen sagen, weil das war im Trailer auch drin. Gibt es zwar wieder einen Mord in Akonia, also in diesem Gebäudekomplex. Es ist natürlich klar, Only Murders in the Building. Aber wir bewegen uns auch mal raus aus New York. Denn im Trailer hat man gesehen, dass sie zwischendurch auch mal in L.A. sind. Genau, und die beiden oder die drei wissen ja am Anfang auch noch gar nicht, wir als Zuschauer wissen am Ende der Staffel 3 ja, dass ein Mord geschehen ist. Aber das wissen die drei, weiß unser Trio gar nicht. Und dann soll eben ein Film gemacht werden über deren Podcast, der ja auch einfach sehr erfolgreich ist. Also noch mehr Meta im Meta, im Meta-Game. Und ja, es geht dann alles wirklich ultra schnell. Also ich glaube, das war einfach so, da wurde jetzt nicht irgendwie groß noch eine Geschichte drum gemacht. Es ist jetzt einfach so, wird jetzt angenommen, es wird ein Film gemacht. Und dann wird jetzt nach L.A. geflogen und erstmal ein bisschen verhandelt. Aber es sind direkt, sie denken, sie fangen erstmal an ein bisschen drüber zu reden. Wie soll das alles aussehen und welche Schauspieler wird es geben, was ist die Idee? Und im Grunde ist die Produktionsfirma schon in allen Startlöchern und hat schon gecastet und hat schon eine Story geschrieben. Und eigentlich geht es nur darum, dass sie ihre Unterschriften darunter setzen. Und so hat man aber die erste Folge, die dann eben nicht in dem Apartment-Gebäude spielt, sondern eigentlich größtenteils in L.A. Und die drei wissen noch gar nicht, dass Seth im Grunde ermordet wurde. Was ich ganz geil fand, war, aber das hast du ja gesagt, in L.A., dass sie ja vorverländerte Tatsachen gestellt werden. Und dass sie da halt auch die Schauspieler treffen, die sie spielen sollen. Apropos Meta. Ja. Ich liebe das, das war auch schon im Trailer drin. Unter anderem soll Melbe gespielt werden von Eva Longoria. Und ja, also witzig, echt witzig. Ja, genau, also wir sind in L.A. und das ist so ein bisschen eine andere Szene, eine andere Vibe. Aber natürlich spielt es hauptsächlich wieder in New York und im Arconia. Und es gab einen Meta-Moment, das ist ein ganz kleiner Spoiler, den kann man aber spoilern, weil ich den halt einfach so witzig fand, als sie am Anfang zusammenkommen. Und sie wissen ja noch nicht, dass eben tatsächlich, du hast es gesagt, Sess, ähm, wie heißt sie, Sess Patecki. Jane Lynch. Ja, ich hab grad überlegt, wie der Nachname war. Sess Patecki, gespielt von Jane Lynch, genau, ermordet wurde. Die ist ja viele, viele Jahre zurück Charles Double gewesen, also Stand-Double. Daher kennt man sie. Das heißt, von Weitem könnte man sie fast mit Charles verwechseln, weil die sich auch immer ähnlich kleiden und so weiter und von der Statur ähnlich sind. Und, ähm, genau, und die wird ja am Anfang erschossen. Und jetzt wissen wir ja quasi als Zuschauer zwar mehr als Mabel, Charles und Oliver, was wir aber auch nicht wissen. Und was die drei natürlich dann auch versuchen herauszufinden, denn irgendwann erfahren sie natürlich, dass das tot ist. Ups, Entschuldigung. Was sie natürlich versuchen herauszufinden ist, ähm, ob tatsächlich selbst das Opfer hätte sein sollen oder vielleicht, oh mein Gott, Charles. Und nicht nur, wer hätte das Opfer sein sollen, sondern vor allen Dingen, wer, wer ist auch der Mörder. Klar. Und was ich hier noch einen schönen kleinen Kniff finde, weil sie versuchen natürlich klar, ihrem Kern treu zu bleiben und in New York, in der Arconia zu bleiben. Aber gleichzeitig müssen sie halt auch irgendwie versuchen, mal was Neues zu machen, ein bisschen rauszukommen. Wir haben den kurzen Ausflug nach L.A., der sehr cool ist. Und als guten Kniff, das auch ein bisschen frisch zu machen und neu zu machen, finde ich, haben sie einfach den Ostflügel des Arconias mit ins Bild geholt. Denn da gibt es offensichtlich auch Apartments, auch Leute, die da drinnen wohnen, aber von denen haben wir vorher noch nie was gehört. Ich wusste noch nicht mal, dass es eine Ostflügel gibt, also eine Osttower. Ja, und da kommen dann plötzlich weitere sehr kuriose Gestalten mit in die Geschichte rein. Ja, und was ich, also das war auf jeden Fall eine super Idee, dass man auch, man muss ja irgendwie auch jede Folge oder jede Staffel genügend Charaktere, neue Charaktere auch reinbauen in die Serie, damit in einem Whodunit nicht direkt klar ist, ah, hier sind zwei neue Personen dabei und einer von denen wird wohl der oder die Mörderin sein. Und das ist, glaube ich, was sie hier machen, ist wirklich, sie vergrößern den Cast so ungemein, auch mit unfassbar vielen, in Anführungszeichen, Cameo-Auftritten. Das sind ja sehr viele bekannte Schauspieler, die wirklich auch viele, viele Auftritte in der Serie haben und nicht nur mal kurz für zwei Minuten zu sehen sind. Und gerade jetzt auch bei den neuen Nachbarn gegenüber treten dann einfach Leute auf, die jeder kennt, ohne es jetzt vielleicht zu spoilern, aber es ist dann nicht ein Nachbar, der da ist und weird ist und den man kennt, sondern halt fünf. Und die sind da einfach alle da und jeder könnte von denen irgendwie ein Mörder sein. Und das ist wirklich sehr schlau gelöst, muss ich sagen. Und es sei nur kurz gesagt, wir haben ja die ersten sieben Folgen gesehen. Wir wissen auch noch nichts, also wir können zumindest nicht, wer der Mörder sein könnte, genau. Also nicht, dass hier jemand, der noch nicht so weit ist, denkt, wir spoilern aus Versehen irgendwas. Wir können es gar nicht sagen, weil wir es auch noch nicht wissen und das ja auch meistens erst mit einem doppelten Twist, würde ich sagen, noch mal hinten raus aufgelöst wird, zumindest in den letzten Folgen, Serien, Staffeln, meine Güte. Genau, und diese ganzen Gastauftritte sind natürlich, können nerven, muss ich sagen, in anderen Serien, aber so einfach sehr passend eingesetzt und genutzt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst oder hat dich da irgendwas dran gestört? Nee, nee, ich sehe das genauso. Und wie gesagt, also von der Story her finde ich es tatsächlich wieder spannend. Das ist tatsächlich auch etwas, wo man sich immer so ein bisschen Gedanken macht, weil die erste Staffel war noch irgendwie cool. In der zweiten Staffel hat man schon gemerkt, okay, es ist immer noch cool, weil wir haben mittlerweile die Charaktere irgendwie lieb gewonnen, aber der Fall hätte durchaus auch besser sein können. In der dritten Staffel war der Fall immer noch nicht so stark wie in Staffel 1, fand ihn aber zum Beispiel besser als in Staffel 2. Und sie haben dieses kuriose Element in der dritten Staffel fand ich sehr stark hochgetrieben in der kompletten Staffel. Das hatte dann so ein bisschen einen anderen Vibe. Das hat für mich ganz gut funktioniert. Und jetzt bin ich gespannt, was in der vierten Staffel kommt, weil ja, natürlich trägt der Cast die Serie, aber ein guter Fall unterstützt das Ganze ja natürlich noch. Deswegen hoffe ich wirklich, dass es auch wirklich ein guter Fall ist. Bisher, wir haben ja wie gesagt sieben Folgen schon schauen dürfen, finde ich es nicht schlecht. Ich meine, reißt mich der Fall vom Hocker? Nein, hat auch schon nicht der Fall in der ersten Season. Aber in Kombination eben mit diesem Cast reicht es auch, wenn du einen guten Fall hast. Dann brauchst du keinen exzellent großartigen Fall. Und dann funktioniert das aber. Und deswegen bin ich da ganz erleichtert, dass also das eben kein Griff ins Klo ist. Weil das ist für mich tatsächlich so der Knackpunkt, wo es hätte kippen können und das hat es nicht. Also da dann toi, toi, toi. Und wie gesagt, jetzt dann auch die neuen Figuren und dann aber natürlich auch die alten geliebten Figuren. Und der eine oder andere Twist auch tatsächlich für die alten geliebten Figuren. Also bisher bin ich sehr zufrieden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es geht mir da sehr ähnlich. Ich hatte ein bisschen Angst vor der, oder was heißt Angst, aber ich war in der dritten Staffel, muss ich sagen, so ein bisschen hat sich bei mir ein Sättigungsgefühl eingesetzt. Aber du hast es glaube ich auch gebinged, oder? Äh, jetzt habe ich es gebinged, ja. Vorher natürlich nicht. Vorher habe ich es im wöchentlichen Release geschaut. Und das ist so ein Punkt, der ich glaube, vielleicht bei der Serie nicht ganz so gut funktioniert, muss ich sagen. Weiß jetzt aber nicht, ob das der Grund ist. Aber ich fand so ein bisschen in der dritten Staffel hat sich bei mir so ein bisschen einfach, ja, okay, es ist irgendwie witzig. Es ist meistens derselbe Humor. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann fand ich so ein bisschen, dass der Fall in den, doch sehr in den Hintergrund getreten ist ein bisschen. Und eher die, ja, die Charaktere und der Witz und dieses ein bisschen Klamaukige war ja auch dabei oder übertriebene in der Staffel so ein bisschen stärker vorhanden war. Und jetzt finde ich, dass die Staffel 4 eigentlich jede Folge den Fall vorantreibt. Und das gefällt mir sehr gut. Also ich bin jetzt, muss ich sagen, ziemlich angefixt. Und ich finde den Fall auch spannend. Und jetzt ist es wirklich ultra gemein, dass wir bis Oktober oder so warten müssen, weil ich glaube mal nicht, dass wir noch mehr Folgen zur Verabsichtung kriegen werden. Und ich finde es auch toll, dass sie eben, wie du sagtest, ab und zu mal ausbrechen. Also die erste Folge in der L.A. spielt. Aber es gibt die, eine andere Folge, wo die einfach komplett anders gefilmt ist, ohne da jetzt irgendwie was zu verraten. Äh, das finde ich einfach künstlerisch mal super interessant. Die letzte Folge, die wir gesehen haben, fand ich allerdings wieder ziemlich schwach, muss ich sagen. Äh, weil da der Fall einfach gar nicht mehr vorangetrieben wird und wieder neue Charaktere eingeführt werden und ein neues Setting. Und ich denke so, brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ähm, aber ich hoffe, dass das jetzt irgendwie, ja, die eine Folge war. Und wir kommen ja jetzt eben doch gegen Staffelende und, äh, hoffe, dass dann, äh, Folgen acht, neun und zehn, es werden ja immer zehn Folgen sein, äh, dann das Ganze zu einer spannenden Auflösung führen kann. Und das deuten sich ja schon ein paar Sachen an, die ich, äh, ziemlich interessant finde, muss ich sagen. Sehr, sehr spannend, äh, sind und, ja, auch vielleicht nochmal zur, zurückgehen auf vorherige Staffeln oder so weiter, ne? Ja, also ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, üblich in dieser Serie. Und das kommt ja auch, ähm, inspiriert eben durch diese Oldschool-Kriminalfälle, die wir ja kennen von einer Agatha Christie, von einem Sherlock Holmes, dass eben, ähm, falsche Fährten gelegt werden und man diesen Fährten folgt und davon überzeugt ist, jetzt weiß ich, wer der Mörder ist, jetzt weiß ich, in welche Richtung das geht. Und dann kommt irgendwie, äh, aus dem Off irgendwie von Leftfield doch noch irgendwie so ein, so ein linker Haken. Und man denkt, ach, verdammt. Und das kann Überhand nehmen. Das fand ich auch schon in den vorherigen Staffeln ab und zu mal ein bisschen viel. Wo ich gedacht hab, oh, das ist mir jetzt eine falsche Spur zu viel. Also da hätten sie jetzt einfach auch durchziehen können. Aber so grundsätzlich, äh, macht das natürlich Spaß. Plus, was du erwähnt hast, dass auch mal einfach aus anderen Perspektiven erzählt wird. Oder dass einfach mal jetzt gesagt wird, okay, wir nehmen mal eine Folge und stellen das komplett auf den Kopf, was wir gewohnt sind und machen mal was ganz anderes. Das gab's ja vorher auch schon. Und das fand ich auch immer besonders spannend. Und zum Beispiel eben, wenn dann plötzlich die Perspektive gewechselt ist und die Story aus einem komplett anderen Blickwinkel erzählt wurde von einer Nebenfigur, von der man irgendwie vorher gar nicht so viel gehört hat oder wo man gar nicht so zur Kenntnis genommen hat. Oder, was ich auch cool fand, es gab ja auch die eine Folge, jetzt frag mich nicht mehr, welche Staffel es war, ich glaube, es war zwei oder vielleicht war es sogar eins. oder zwei, wo zum Beispiel, ja genau, oder ach egal, welche Staffel, wo eine Staffel komplett mit Gebärdensprache nur erzählt wurde, weil eben die Hauptfigur, aus deren Perspektive erzählt wurde, gehörlos war. Ja, und dann hattest du eigentlich gar keinen, also du hattest überhaupt keinen Ton im weitesten Sinne. Natürlich hat die eine oder andere Person gesprochen, Aber grundsätzlich war das mal ein komplettes Auf-den-Kopf-Stellen von Erwartungen. Und das macht natürlich, die Serie finde ich auch ganz gut, dass sie einen überrascht damit, dass sie eben entgegen der Erwartung Dinge behandelt. Auto? Und Dinge auch einfach tatsächlich auf den Kopf stellt. Und das macht dann Spaß. Das ist nicht durchgehend so, aber das ist mal zwischendrin so. Und das macht als Zuschauer dann natürlich auch Spaß, weil dann ist es mal was Neues. Sonst hast du ja immer, ich sag jetzt mal, den gleichen Ablauf, dass in jeder Folge irgendwie ein bestimmter Faden aufgenommen wird, behandelt wird, durchgekaut wird und dann wird am Ende irgendwie gesagt, okay, wir bleiben bei der Spur oder sie hat sich gerade aufgelöst und wir haben was Neues reinbekommen. Und das halt dauernd zu haben, das wäre dann auch zu langweilig. Aber so passt es ganz gut. Und ich finde auch cool, dass ich glaube, dass die Leute, die das dann machen, also diejenigen, die die Folgen dann als Regisseur machen dürfen, denen macht es bestimmt auch Spaß, weil die können da schon auch echt experimentieren. Ja, nochmal sich ein bisschen selber auslassen, vielleicht eigene Ideen reinbringen und so das normale Konstrukt so ein bisschen aufbrechen. Genau, das passiert dann schon ab und zu. Ja, also im Grunde, ich wollte gerade sagen, im Grunde haben wir eigentlich schon gesagt, was wir davon halten, oder? Ja, ich glaube, man kann wahrscheinlich zusammenfassen, dass wir relativ zufrieden mit der jetzigen Staffel bisher sind und dass wir auf jeden Fall jetzt ganz schön lange warten müssen, aber vielleicht ihr ja nicht. Mal gucken, wenn ihr es in einem wöchentlichen Release schaut. Es kommt, wie gesagt, ab Dienstag, dem 27.8. auf Disney Plus raus jede Woche, eine Folge. Die Folgen haben so eine Länge zwischen 35 und 40 Minuten. und man sollte natürlich die anderen Staffeln vorher gesehen haben, sonst macht das hier keinen Sinn. Also theoretisch kann man schon einsteigen, wenn man auch die vorherigen Staffeln nicht gesehen hat. Man ist dann halt nur nicht so vertraut mit den Figuren, aber es geht schon. Die Folgen oder die Fälle sind ihnen schon abgeschlossen, finde ich. Das stimmt natürlich. Ja, ja schon, das stimmt. Also ich finde jetzt gerade in der vierten Staffel wird schon sehr viel auch Personen, die vielleicht schon weg waren, kommen wieder oder andersrum. Oder es wird sehr viel referenziert, ja auch weil jetzt dieser Film gedreht wird, der natürlich in der ersten Staffel anfängt oder das als Basis benutzt, dass ja auch viel auf die eigene erste Staffel referenziert wird, wortwörtlich teilweise. Und das ist schon cool, wenn man das alles versteht und so. Also mittendrin einsteigen ist schon, glaube ich, schwierig. Und es ist ja nicht so, dass die ersten Staffeln aufwachsen sind. Aber es macht mehr Spaß. Ja, das stimmt. Also ich finde, es geht schon, aber es macht halt mehr Spaß, wenn man schon Vorwissen hat, sagen wir so. Das können wir so stehen lassen. So. Super. Wunderbar. Dann danke ich dir für die schöne Besprechung. Das war doch cool. Ihr könnt uns auf unserer Webseite finden, tele-stammtisch.de. Ihr findet uns auch sonst überall, wo es Likes gibt. Und schaut gern auf unserem noch relativ neuen Discord vorbei, tele-stammtisch.de-discord. Da gibt es wirklich immer schöne Diskussionen. Wir sind mittlerweile eine schöne Gruppe da. Ich sage Tschüss und überlasse dir das letzte Wort. Ja, dann sage ich viel Spaß beim Schauen und macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.